In diesem Video beantworten wir drei Fragen an eine E-Commerce-Agentur. Hi, mein Name ist Aisha. Ich bin die virtuelle Präsentatorin bei OpenStream Internet Solutions in Zürich. Was macht eigentlich eine E-Commerce-Agentur? Eine E-Commerce-Agentur ist eine spezialisierte Firma, die Unternehmen dabei unterstützt, ihren Online-Verkauf zu planen, zu entwickeln und zu verwalten. Sie bieten eine breite Palette an Dienstleistungen an, von der Erstellung und Gestaltung von Online-Shops über die Optimierung der Benutzererfahrung bis hin zur Suchmaschinenoptimierung und digitalen Marketingstrategien erreichen. Ihr Hauptziel ist es, den Online-Verkauf zu steigern und die Markenpräsenz im digitalen Raum zu stärken. E-Commerce-Agenturen arbeiten eng mit ihren Kunden zusammen, um massgeschneiderte Lösungen zu bieten, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele von jedem Unternehmen zugeschnitten sind. Es beinhaltet oft die Analyse von Markt- und Kundendaten, die Entwicklung von benutzerfreundlichen Webseiten, die Implementierung von effektiven Online-Marketing-Kampagnen und Beratung zu Musterlösungen im E-Commerce. Zusätzlich zur technischen Expertise bieten viele E-Commerce-Agenturen auch Beratung in Bereichen wie E-Commerce-Strategie, Kundenbindung, Content-Management und Data-Analyse an. Ihr Ziel ist es, eine umfassende Unterstützung zu bieten, die Unternehmen ermöglicht, sich erfolgreich im Online-Handel zu etablieren und zu wachsen. Welche Vorteile bietet eine Schweizer E-Commerce-Agentur? Eine Schweizer E-Commerce-Agentur bietet mehrere spezifische Vorteile, die für Unternehmen, die im Schweizer Markt agieren oder expandieren wollen, besonders relevant sind. Lokale Marktkenntnisse Eine in der Schweiz ansässige E-Commerce-Agentur verfügt über tiefgehendes Wissen über den lokalen Markt, einschliesslich Verbraucherverhalten, Präferenzen und Trends. Es ermöglicht die Entwicklung von zielgerichteten Strategien, die auf die spezifischen Bedürfnisse vom Schweizer Markt abgestimmt sind. Mehrsprachige Kompetenz Die Schweiz ist ein mehrsprachiges Land mit Deutsch, Französisch, Italienisch und Retoromanisch als offizieller Sprache. Eine Schweizer E-Commerce-Agentur kann Inhalte und Kampagnen effektiv in allen relevanten Sprachen gestalten, um eine breite Zielgruppe anzusprechen. Verständnis lokaler Vorschriften und Standards Die Schweiz hat eigene Gesetze und Standards, besonders im Bereich Datenschutz und Onlinehandel. Eine lokale Agentur ist mit diesen Bestimmungen vertraut und kann sicherstellen, dass E-Commerce-Websitze diese Anforderungen erfüllen. Netzwerke und Partnerschaften Schweizer E-Commerce-Agenturen haben oft ein etabliertes Netzwerk lokaler Partner, einschliesslich Logistikunternehmen, Zahlungsdienstleister und Marketingplattformen, was die Implementierung und Integration verschiedener E-Commerce-Lösungen erleichtert. Zeitzone und Erreichbarkeit Die Zusammenarbeit mit einer Agentur im gleichen Land und in derselben Zeitzone vereinfacht die Kommunikation und Koordination. Das führt zu effizienteren Arbeitsabläufen und schnelleren Reaktionszeiten. Kulturelles Verständnis Die Kenntnis der Schweizer Kultur und Werte kann für das Branding und Marketing von entscheidender Bedeutung sein. Eine lokale Agentur kann kulturelle Nuancen berücksichtigen und so die Ansprache von Zielgruppen effektiver gestalten. Durch diese spezialisierte Kenntnisse und Fähigkeiten kann eine Schweizer E-Commerce-Agentur massgeschneiderte Lösungen anbieten, die effektiv auf die einzigartigen Anforderungen und Möglichkeiten vom Schweizer Markt zugeschnitten sind. Die Kosten für eine E-Commerce-Website können je nach Umfang und Komplexität des Projekts variieren. In der Schweiz bewegen sich die Preise für eine von einer E-Commerce-Agentur entwickelte E-Commerce-Projekt typischerweise zwischen 2'500 und 25'000 Schweizer Franken. Die grosse Kostenspanne reflektiert die unterschiedlichen Services, die eine E-Commerce-Agentur anbieten kann. Von der Erstellung einfacherer Online-Shops, die auf Standardvorlagen basieren, bis hin zu komplett massgeschneiderten Online-Shops mit individuellem Design und erweiterten Funktionen. Für technisch versierte Menschen, die eine preisgünstigere Lösung suchen und bereit sind, einen Teil der Arbeit selbst zu übernehmen, bieten sich oft auch Baukastensysteme an. Solche Systeme ermöglichen es dir, eine E-Commerce-Website ab 29 Schweizer Franken monatlich selbst zu erstellen und zu verwalten. Die Option, die auch von OpenStream berätgestellt wird, beinhaltet in der Regel eine Auswahl an Vorlagen und einfache Tools zur Webseite-Gestaltung. Es ist wichtig, dass man bei der Auswahl einer E-Commerce-Agentur nicht nur die Kosten, sondern auch die Qualität und den Umfang der angebotenen Dienstleistungen berücksichtigt. Eine gute E-Commerce-Agentur sollte in der Lage sein, eine detaillierte, auf die Schweiz ausgerichtete Beratung anzubieten und einen Online-Shop zu entwickeln, der genau auf die Bedürfnisse und das Budget des Kunden zugeschnitten ist. Starte jetzt deine Webseite oder die Online-Shop mit einer erfahrenen Web- und E-Commerce-Agentur. Verbessere das Online-Marketing und die Suchmaschinenpositionierung. Optimiere deine bestehende Webseite oder einen bestehenden Online-Shop. Bei Fragen einfach einen Kommentar unter dem Video hinterlassen oder eine Nachricht an kontakt.openstream.ch schicken. Danke für deine Aufmerksamkeit und sorry, dass meine Aussprache manchmal ein bisschen komisch klingt. Für eine künstliche Intelligenz ziemlich beeindruckend, wie wir finden.